Mein Eindruck ist, dass wir gerade am Beginn von sehr umwälzenden Veränderungen stehen, die durch die verschiedenen Technologien hervorgerufen werden. Und ich rede es hier von der Nachahmung menschlichen Verhaltens und Kölns durch Maschinen, was aus meiner Sicht einen gewaltigen Einfluss auf Prozesse und das Prozessmanagement selbst hat. Dieses Video ist der Auftakt einer Serie auf meinem Kanal zu den Themen generative künstliche Intelligenz, Robotic Process Automation und Process Mining. Aber natürlich immer im Kontext zu den beiden Aspekten Prozess, und Prozessmanagement. Und nein, das ist nicht das hundertste Video zur JetGPT, sondern es geht mir um die Hintergründe, die damit verbundenen Umwälzungen und die Anwendungsmöglichkeiten auch in Ihrem Unternehmen. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Zu Beginn erzähle ich Ihnen zwei Erlebnisse, die mich bewogen haben, diese Serie zu starten. Das erste ging um einen Redaktionsprozess für einen Internetauftritt eines Kunden von mir. Und zwar ging es darum, Videos, Social Media und Blogartikel sind mehr oder weniger nacheinander von unterschiedlichen Mitarbeitern in der Marketingabteilung erstellt worden. Das dauerte Stunden bis Tage, bis alle Kanäle entsprechend mit Content bespielt waren. Einfach aus Spaß haben wir jetzt mal den Untertitel von dem Video in eine Chat-KI eingegeben und die KI gebeten oder angewiesen, daraus einen Blogartikel zu stellen. Das dauerte nur Sekunden und der entstandene Artikel war wirklich gut, weil er ja auf der redaktionellen Arbeit aus dem Video basierte. Es war also nicht freies Interpretieren durch die KI, sondern es war die Grundlage dieser Untertitel. Aus dem Blogartikel hat eine andere KI die entsprechenden Bilder für die visuelle Unterstützung erstellt und eine weitere KI hat den Artikel zusammengefasst und für die Social Media Posts entsprechend aufbereitet. Und die Ergebnisse waren ebenfalls richtig gut. Und alles in allem haben wir durch die Verwendung des entsprechend hochwertigen redaktionellen Ausgangsmaterials die redaktionelle Arbeit von einem Tag auf unter eine Stunde beschleunigt. Das war der Faktor 9 Produktiver. Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Wir waren alle geschockt. Wir haben uns etliche Minuten nur schweigend in die Augen gesehen. Und dabei war das nur ein Spaß und ein Ausprobieren, ein erster Versuch. Das war noch kein ausgeklügelter Prozess, wie die KI bestmöglich verwendet werden kann. Das zweite Erlebnis war, dass ich die KI angewiesen habe, wie man einen Standardvertriebsprozess von der Anfrage eines Interessenten zum Auftrag in einem B2B-Unternehmen in Prozessschritte gliedern sollte. Das Ergebnis war ein Standardprozess, wie es auch in jedem Vertriebshandbuch zu finden ist. Es war korrekt und es war logisch und vor allem war es innerhalb von Sekunden erstellt und verfügbar. Ich habe die KI dann angewiesen, die Prozessschritte als BPMN-Diagramm zu zeichnen. Das Ergebnis sieht jetzt noch ein bisschen holberig aus, aber wir stehen ja auch erst am Anfang der Entwicklung. Lassen Sie doch noch mal drei bis fünf Jahre ins Land gehen. Zusammenfassend ist mir aber sehr deutlich bewusst geworden, dass durch den Einsatz der KI entweder massiv produktiver als bisher gearbeitet wird oder bei gleichem Output einfach eine deutlich geringere Menge an Menschen eine Arbeit haben wird. In jedem Fall sinken die Produktionskosten je Stück dramatisch bei den Firmen, die die KI einsetzen. Und damit haben diese Firmen einen extremen Wettbewerbsvorteil. Bei meinen beiden Testversuchen, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, ging es ja um zwei unterschiedliche Aspekte, also zwei Blickrichtungen auf das Thema KI. Einmal war es die Veränderung des Prozesses selbst durch den Einsatz von KI, also in meinem Redaktionserlebnis die massive Beschleunigung der Inhalterstellung in der Marketingabteilung. Und zum anderen habe ich ausprobiert, wie Prozessmanagement als Disziplin durch die KI bereits jetzt unterstützt werden kann. Diese beiden Blickrichtungen möchte ich in meiner Serie aufgreifen und auf der einen Seite Beispiele für dramatische Prozessverbesserungen durch die KI zeigen. Und auf der anderen Seite, wie die KI die Arbeit am Prozessmanagement mit seinen Teildisziplinen Prozessmodellierung, Prozesssteuerung und Prozessoptimierung als solches unterstützt. Abonnieren Sie daher meinen Kanal, um keins von diesen Videos zu verpassen. Das wird bestimmt eine super spannende Sache. Und wenn Sie bereits jetzt Fragen oder Themenwünsche zu KI und Prozesse bzw. zu KI und Prozessmanagement haben, dann schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare. Ich greife Ihre Fragen und Themen gerne auf und versuche sie in den kommenden Videos zu beantworten. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema KI und Prozesse, zum Beispiel im Thema Gesundheitswesen. Da gibt es ganz spannende Sachen. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.